Mein Name ist Udo Knittel, ich bin Bergführer hier in Garmisch-Partenkirchen, seit 1980 staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und führe hier die Gäste hier in den heimischen Bergen. Am meisten Angst habe ich davor, dass wir erheblich mehr Niederschläge bekommen, die natürlich auch in der Natur Spuren hinterlassen wie Vermurungen oder durch die Erwärmung die Gletscher alle zurückgehen, mit der Folge, dass wir irgendwann mal noch mehr Wasserknappheit bekommen. In unserer Region haben wir mit erhöhtem Steinschlag zu rechnen in verschiedenen Touren. Speziell aber ist das in den Hochlagen, wo richtig große Gletscherregionen sind, haben wir das größere Problem mit Steinschlag, Permafrostgrenze, Veränderung, wo sich ganze Touren heute nicht mehr durchführen lassen. Ich will weiterhin eine intakte Natur und auch die Schönheit der Berge den Gästen beibringen. Ich kann nur sagen, es ist jeder Einzelne selbst gefordert, dazu beizutragen. одинは die Führung des Gästen jeweils. Und du bzw. in den제 taraft го опредelt Monon. Justine in der Bohrschung und zwei bis 20.06-29 wird erheblich. Alles Marchegiani in der 5.10 Uhr kommt.